ich werde ich das lebe oh ok mann oh alter waschum fucking toad spiel mal final titel baa baa ich spiel jetzt mit dis oh love baba love baba ist witzig episch songbanger liebe baba aber wenn du den songbanger findest kannst du lieber toad empire spiel äh empire of toads spiel ne der song heißt so toad empire ist das level glaub ich ne normales ufo ich wollte wieder diesen komischen fucking dp-typ ich hab heute mit jemandem geredet in nem server der wird der größte skill issue der welt das war echt lustig er so ja ich hab bloodbath zwar geflugt aber evasion war irgendwie random hart und ich so ja okay cool evasion ich so okay cool evasion hart finden ist jetzt natürlich ein kleines problem und dann er so ja ich hatte irgendwie acht tode bei etzer 275 bei evasion ich so ach so was hat evasion nochmal der nach der nach mich ja evasion ist der graue part ja das ist free ja eben das hat ja deswegen jetzt 275 tode da ich so dumm ich bin scheiße 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 die da da foto miräkulär irgendwelche sterne deiner mutter können wir hoffen sich zu drehen das lag wahrscheinlich das game wegen der scheiß sido das spitz ich weiß das eine die ist die Das Läden ist Baba. Ich würde das hilft, wenn ich dich drauf schiebe die Doppel. Gib die Doppel. Gib die Doppel, Junge. Ball ist nicht so schwer. Und das Läden, der will auch. Achso. Jetzt deckt ihr natürlich auf alle Rends. Da ist ein Coins. Immer. Weißt du, ob ich die Erste ist? Ja. Ja. Okay. Oh mein Gott, wollen die GG? Nö, da ist noch ein random Arschklick am Ende. Oh. Fetter, mega fetter Doublespec. Und der Endskill ist doch einfach scheiße! Hä? Der LK8. Ähm. Ups. Ja, okay, dann eben nicht. Ja, mach ich jetzt ja auch. Ist ja das nächste.